Jetzt ist der zweite Tag, wo die Kleinen mal raus auf die Wiese dürfen. Der Lana hilft mit, wie immer. Man kämpft. Seine Schäuung Ja, irgendwie ist die Gäste für die Welpen gemacht. Ein großer Haufen Welpen. Das ist noch eine lange Welpen. Wenn ihr das nicht möchtet, dann lasst ihr die Gäste. Das ist die Gäste für die Gäste. Oh, das ist die Gäste. Das ist die Gäste. Das ist die Gäste. Vielen Dank.